Angesichts der mutmaßlichen Sabotageakte in zwei Einrichtungen der Bundeswehr rät Verteidigungsminister Pistorius jetzt zu verstärkter Wachsamkeit an beiden Standorten in Köln-Wahn und auf dem NATO-Stützpunkt in Geilenkirchen habe man aber schnell reagiert. Zugänge gesperrt, Kontrollen verschärft, Ermittlungsbehörden eingeschaltet und auch Laboruntersuchungen veranlasst. Jonas Feld mit weiteren Details. Die Kaserne in Köln-Wahn-Dicht, der NATO-Stützpunkt in Geilenkirchen abgeriegelt. Der Verdacht, das Trinkwasser in den Kasernen wurde kontaminiert. Wir haben einen Anstieg eines abnormen Wasserwertes gehabt und der Techniker, der dann hier rausgekommen ist zu diesem Wasserwerk, hat dann ein Loch im Zaun festgestellt und daraufhin wurde das Wasser abgestellt. Und die Kaserne wurde geschlossen, um zu verhindern, zum einen, dass das gegebenenfalls kontaminierte Wasser noch getrunken wird und zum anderen, dass eben, weil es nicht ausgeschlossen werden kann, dass der oder die Täterin sich noch auf dem Gelände befinden. Beide Stützpunkte liegen in Nordrhein-Westfalen. Am NATO-Stützpunkt in Geilenkirchen wurde deswegen die Sicherheitsstufe erhöht. Dort sind AVAX-Aufklärungsflugzeuge stationiert. In der Kaserne in Köln waren direkt am Flughafen Köln-Bonn befinden sich Teile der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums. Auch dort höhere Kommandobehörden und insgesamt etwa 4.300 Soldatinnen und Soldaten sowie 1.200 Zivile Angestellte. Wer hinter der vermuteten Sabotage stecken könnte, ist noch unklar. Allerdings fällt ein Verdacht schon jetzt auf Russland. Also es steht natürlich der Verdacht im Raum, dass es sich hier um eine russische Sabotageaktion handeln könnte. In der Vergangenheit sind russische Sabotage-Verdächtige vom Generalbundesanwalt festgenommen worden. In Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern. Insofern ist das eine konkrete Arbeitsthese. Aber ob das am Ende so ist, müssen jetzt die Ermittlungen und die Aufklärung ergeben. Der Vorfall wird nun untersucht. Die Bundeswehr will eng mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten, um die Wasserverunreinigung aufzuklären. Und das geht um ein wenig. Aber es ist auch der Grund, dass das eine russische Sabotage-Verdächtige am Ende erwarten wird. Und es ist auch der Grund, dass das eine russische Sabotage-Verdächtige ist. Aber es ist das eine Krise. Und das war nicht so. Vielen Dank.